Sie wollen die Globalisierung korrigieren. Wie? Das, was mich im Augenblick stark stört, ist, dass wir uns immer so Feindbilder suchen. Im Augenblick ist China das große Feindbild. Wir müssen doch jetzt mit China komplett, so ähnlich wie mit Russland, komplett unsere wirtschaftlichen Beziehungen abbrechen, ohne zu realisieren, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und meine Sorge ist nicht, dass wir zu viel Globalisierung haben. Globalisierung heißt erst mal eine Arbeitsteilung. Jeder tut das, was er oder sie relativ gut kann. Sondern meine Sorge ist die Asymmetrie der Abhängigkeit. Wir sind viel abhängiger von China als China von uns. Und das macht uns politisch erpressbar. Wir sehen das jetzt mit dem Hamburger Hafen, die Diskussion. Wir sehen das mit Huawei, die für uns die 5G-Netze bauen wollen. Und wo wir realisieren, wollen wir das wirklich? Und sprich, wir haben über 70 Jahre ein Wirtschaftsmodell verfolgt, dass der Schlag auf Offenheit, auf Exporte fokussiert ist und realisieren nicht, dass wir uns hier in eine höchst asymmetrische Abhängigkeit begeben haben, die uns erpressbar macht. Und das zu korrigieren, also eine Globalisierung auf Augenhöhe, eine symmetrische Abhängigkeit, ist das, wo wir hin müssen. Musik 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 Musik